Wenden Sie zunächst den weißen Unterstrumpf bis zur Ferse auf links. Nun schlüpfen Sie mit dem Fuß bis zur Ferse in die Öffnung. Fassen Sie die obere Lage des Gestricks und ziehen Sie diese über Spann und Ferse. Greifen Sie das obere Material erneut und legen Sie es Stück für Stück nach oben in Richtung Knie an. Positionieren Sie das Bündchen knapp unterhalb des Knies. Um den korrekten Sitz sicherzustellen, positionieren Sie die Markierung in der Mitte der Ferse. Achten Sie darauf, das Material gleichmäßig zu verteilen. Medi-Textilhandschuhe unterstützen Sie dabei. Um die Kompression tagsüber während der mobilen Phase zu verstärken, legen Sie nun den hautfarbenen Überstrumpf an. Wenden Sie hierfür zunächst den Strumpf bis zur Ferse auf links. Nun schlüpfen Sie bis zur Ferse in die Öffnung. Achten Sie darauf, den Unterstrumpf hierbei nicht zu verschieben. Die Markierung sollte weiterhin in der Mitte der Ferse bleiben. Fassen Sie nun die obere Lage des Gestricks und ziehen Sie diese über Spann und Ferse. Stellen Sie sicher, dass die Ferse des Überstrumpfes richtig positioniert ist. Greifen Sie das obere Material erneut und legen Sie es Stück für Stück nach oben in Richtung Knie an. Achten Sie darauf, dass die Bündchen beider Strümpfe übereinander liegen. Verteilen Sie das Material gleichmäßig am Bein. Die Zehenöffnung sollte mit den Zehengrundgelenken abschließen. Medi-Textilhandschuhe helfen Ihnen dabei, das Gestrick leichter zu verteilen. Medi-Textilhandschuhe 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 Medi-Start Mitziliharius Medi-Assissa